So, aber was können wir denn noch spielen? Es gibt doch noch viele, viele Alternativen auf diesem Planeten. Eine Runde Dark Souls 2. Soll ich die Zubereit machen? Wir fahren nach hier direkt. Eine Runde Cities. Dragon Ball Z. Das wäre cool. Irgendwie ja. Ich würde es schon fett finden. Wenn man das spielen könnte, ne? H1Z1, Half-Life 2. Oh, hab ich Half-Life 2 installiert. Achso, der für TTT. I'm Brad. Also, ich sag mal, GTA ist eigentlich das Einfachste, weil man es echt so eben anmachen kann und dann sich schnell da finden kann irgendwie. Stimmt. Ja, von mir aus können wir eine Runde GTA spielen, wenn ihr Bock habt. Weißt du, was mit dem Herr Gronk? Ja, warte, warte, warte. Ich bin zwar schon mit einem Auge am Schlafen, aber ich krieg das hin. Ja, wenn du müde bist, dann sag Bescheid. Ich hab jetzt schon ein Spiel geklickt. Ja, das passt eine Overlay dafür. Wir können auch Payday 2 spielen und einen geilen Auftrag machen. Wir haben das komplette Spiel letztendlich und wir haben, glaube ich, ein einziges Mal einen Auftrag fertig gemacht, aber zweimal. Wir sind richtig scheiße da drin. Sorry, wir könnten Tropico 5 im Multiplayer zocken. Kann man das im Multiplayer zocken? Wusste ich gar nicht. Kann man, ja. Aber das könntet ihr gut machen zusammen. Ihr habt Tropico nicht. Das ist ja nicht so die... Hab's sogar noch installiert. Ich fand das echt ein sehr, sehr schönes Aufbau-Strategie-Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber bei mir war am Ende irgendwann, da haben sie bei mir alle rebelliert gegen nichts, weil die waren eigentlich alle zufrieden und aber haben trotzdem angefangen zu rebellieren ständig. Oh, okay. Da hab ich mir gedacht, weißt du was? Scheiß auf euch. Ich hab die Mission tatsächlich nur im Singleplayer gespielt. Hab für die letzte Mission, weil ich irgendwie so gut vorgearbeitet hatte, irgendwie fünf Minuten gebraucht. Da war irgendwie, erreiche so und so viel, 100.000 Dollar oder eine Million oder fünf Millionen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, dann hab ich halt irgendwie dreifache Geschwindigkeit, kurz gewartet, fertig. Easy. Ich muss gerade so lachen, auf Twitter hat der... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, du hast ausgesprochen, wie den Walz. Screenshots von mir gepostet und hat immer eine andere Blume hier hinten aufs Regal gestellt, weil ich gesagt hab, ich muss da irgendwann mal eine Blume hinstellen. Es sieht teilweise sehr echt aus. Terraria. Zumindest hier war alles gerade so weiß. Ich find die Blume sehr schön. Ja. Ich rufe. Also wenn du da eine hinstellen würdest, weil bei dir ist das doch sehr weiß und hell ausgeleuchtet. Ja. Ich mein, Erik hat ja zumindest im Hintergrund noch so ein cooles Regal stehen. Hab ich ja auch vor. Ich hab eine grüne Wand. Weil ich ursprünglich eigentlich mal Greenscreen machen wollte. Genau, stimmt. Ihr beide macht auch keinen Greenscreen mehr, oder? Ich hab's noch nie gemacht. Ich hab's zeitweise gemacht, aber ich hab hier einfach keinen Platz für Lampen. Ich kann das hier nicht richtig ausleuchten. Dann sieht das mal so komisch krakelig aus. Fandest du das nicht auch anstrengend, wenn du mal länger gestreamt hast, immer da rein zu gucken? In die Lampen? Ja. Aber das geht eigentlich. Die Lampen hab ich so oder so mit der Cam immer an. Zumindest hab ich eine, die mir ins Gesicht leuchtet die ganze Zeit. Ich hab auch von so einer Lampe angeleuchtet. Aber da gewöhnt man sich dran. Ey, ich ignoriere auch Monstrum-Vorschläge nicht. Doch, mach ich, aber... Die Blume sitzt in der Mitte, wird hier grad geschrieben bei dir. GTA, GTA, GTA. Terraria können wir auch noch spielen. Starbound könnte man spielen. Ich weiß gar nicht, was geht mit so vielen. Starbound können wir auch spielen. Ähm, Raikuchat könnte man auch spielen. Kennt ihr das Ur-Alt-Spiel? Nee. Warum lachst du? Was? Ich lache nicht, weil das grad zur GTA-Musik passt hier. Ach so, okay, wir spielen jetzt GTA. Ich hab's vorhin schon mal angestartet, weil ich dachte, es wird sowieso GTA. Nee, ist okay. Ich kann's auch wieder ausmachen. Ist okay für mich. GTA ist cool. GTA ist cool. Hier, komm, gönn dir. GTA ist cool. Ich kann das überhaupt nicht mehr. Wir spielen das jetzt schon auf dem Rechner, oder? Ja. Ja. Okay. Ich wollte nur nachfragen. Dann machen wir mal in-game. Und dann machen wir mal Steam. Und dann mache ich GTA. Wo ist denn hier GTA? Da ist GTA. Alter, wie lange lädt denn der? Ja, echt immer ewig. Ich hab doch diesen Trainer installiert. Aber der funktioniert ja eh nicht beim Online-Part. Cool, wenn ich jetzt in mein Auto einsteige, habe ich Musik von den Alchemisten. Das heißt, ich muss die Musik voll aufdrehen. schnaaarisch. Gibt's online überhaupt noch? Oh, hat geladen. Man glaubt es gar nicht. Was gibt's online? Nee, er hat geladen. Er hat online geladen. Ich hab irgendwelche komischen Grafikfehler neuerdings. Wenn ich mich drehe, leuchtet mein Charakter kurz blau auf. Interessant. Hast du diesen Reshade und SweetFX irgendwie installiert? Ich hab gar nicht gar nichts installiert. Sweet! SweetShade! Ich find's beim Stream immer ein bisschen schade, dass man immer nur in 30 Frames streamen kann. Weil selbst wenn du nur 60 Frames streamst, regelt Twitch das beim Endbenutzer auf 30 runter. Ist das wirklich wahr? Ich hab gehört, man kann auch 60 gucken. Das behaupten irgendwelche Jungs dann immer so man machen 60 FPS. Stream in PK. Ich hab gehört, das soll gehen, aber ob es geht, weiß ich nicht. Und viel klar, beim Stream ist total sinnvoll. Mit 3,5 Kilobit. 3,5 Kilobit wird uploaden. Erstmal 4K-Stream auf 60 Frames. Da wird das einzelne Bild sehr sauber. Und dann dachte ich mir auch so, was? Macht Heli-Battle. Oh, warte mal, scheiße. Oh, jetzt hab ich ja mein Gamepad quietscht. Ich muss ja, ach, hoffentlich scheiße. Wer ist das Gamepad? Muss ich erstmal dafür was anmachen, wenn man das auch erkennt, glaube ich. Guck mal, vielleicht erkennt er es ja auch so. Leute schreiben, es geht mit 60 FPS. Bei mir kommt bei manchen Streamer 60 FPS an. LCS zeigt auch 60 FPS. Es scheint also zu gehen. Aber ganz ehrlich, also ich mein, die LCS, die guck ich ja sogar ab und zu schon mal. Wenn das 60 FPS sind in 1080p mal bei 3,5 Mbit, wie kann das denn so gut aussehen? Die müssen doch mehr Kilobits streamen dürfen dann. Ich hab keine Ahnung, du brauchst wahrscheinlich dann eine dicke Leitung einfach. Nee, warte, andersrum. Ja, nee, ich mein, ich hab auch 20 MB Upload, aber das Problem ist, wir haben schon mal mit 10 MB Upload gestreamt und dann dreht uns Twitch aber den Saft ab. Komisch. Müssen wir mal nachfragen. Bucklespaar, ja. Ah. Ich der Einzige, der nicht mit Gamepad, nee, ich mach das nicht mehr mit Tastatur, das geht einfach gar nicht. Domi schreibt irgendwas im Chat, kann ich aber nicht lesen, tut mir furchtbar leid. Ich geh zumindest davon aus, weil... Ich muss hier was, glaub ich muss immer mal durchschatten gleich. Die meisten 60 FPS sind bei 720p wohl offenbar. Ja, wurde auch bald geshocht. Du kannst ja nicht so eine riesen Datenmenge dann streamen, du musst ja irgendwelche Einschnitte dann machen. Du. Dopen Loads. Wo haben wir denn hier dieses Tool? Ich geh noch online. Da ist das Tool, da ist das Tool. Jetzt kenn mein Pad. Ah, LCS hat mehr Recht als andere. Okay. Aha. Tja, weißt du, Geld spielt also doch ne Rolle. Ich zieh erstmal ne Bombe. Müsstet ihr wieder GTA sehen? So, wie kann ich euch die jetzt adden? Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Scheiben. Mal gucken, ob ihr den Kontroll vielleicht doch erkennt. Ähm. Ja, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Oder kann ich das hier in Einstellungen machen? Gamepad. So, 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 online. Mal gucken. Müssen wir eigentlich ne Crew machen? Oder wie? Also, ich kann da wahrscheinlich nicht raus, oder? Heißt, wir müssen das eigentlich über Friendship Invites machen. Man kann ja mehrere Crews machen. Ach, kann man? Äh, Freunde, mehrere Crews kann man machen, glaube ich, wenn ich mich recht im Sinne. Natti hatte ne Crew gemacht für die, für die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr mit anderen jetzt spielen wollt oder ob ihr alleine auf dem Server. Je nachdem, müsst ihr mal gucken, wie wir was machen mit den Einladen. Aber es sollte jetzt nicht. Oh, lol. Ähm. Ich weine mich an euch. Was hat das denn bei der Crew einladen? Ah, vorgeschlagene Crews IGN-Crew. 10 von 10. Ansonsten könnt ihr gerne in die Pizmi-Crew kommen, wenn ihr Bock habt. Also, mir ist es wurscht. Ich würde alles viel einfacher machen. Ja, dann komm einfach bei uns in die Pizmi-Crew rein. Das ist doch super. Wo kann ich denn hier? Mit Post 1 hast du Social Club und da kannst du alles drüber regeln. Mit Post 1? Er könnte dir auch eine mit Post 1 Ja, oder ich schicke einen Friendship-Request, wenn du willst. Ja, das ist einfacher, glaube ich. Ah, sehr gerne. Ähm. Wie weiß ich denn hier überhaupt? Legronk war das, glaube ich. Muss ich mal mal gucken. Legronk? Legronk. Geil. Welcher von den drei bist du denn? Äh. Was kann ich dir denn von mir erzählen? Ähm. Wo steht welches Level ich habe? Alter, ist das lange her hier. Pandoria. Sarazar. Ich glaube, der bist du. Slay. In der Gruppe Slay. Genau, genau. Da bin ich. Hinzufügen. Es tut, sei jetzt der Fehler aufgetreten. Achso, du musst wahrscheinlich deine Freundschafts-Anfragen, die du aktuell hast, erst mal ablehnen. Ach ja, Freundschafts-Anfragen 100 kann man wohl maximal haben. Du musst dein Spiel bei Twitch ändern. Ah, danke schön, Leute. Äh, mach ich sofort, mach ich sofort. Kann ich dir denn alle hier? Kann ich alle auf einmal nicht was böse ist? Wenn du ein paar wegmachst? Ich muss mal ablehnen. So, ich lehne mal ein bisschen ab. Ich hoffe, die sind nämlich böse. So, ich bin nicht hoffentlich schnell genug. Freundschafts-Anfragen gesendet. Warte. Freundschafts-Anfragen erhalten. Freundschafts-Anfragen erhalten. Ähm. Okay, Pandoria, du hast auch, ähm. Jo, danke. Ich bin noch gerade im Nade. Du musst auch noch, Leute, bei Friendship musst du auch noch wegmachen. Oh, danke, Elfin und Pia, äh, und Pia und Natti. Die haben ein Spiel, die haben uns schon geändert. Geil. Was denn? Ja, wir haben den Spiel schon geändert für mich auch. Ach so, ach cool. Danke, danke. Liebe Grüße übrigens. Ja, ganz liebe Grüße. Freundschafts-Anfrage erhalten, aber ich sehe doch nicht von wem und wo und warum. Ach genau, wie heiße ich eigentlich in dem Spiel? Ich heiße Zarfirbel in dem Spiel. Wie? Z-A-R-F-I-R-B-E-L. Z-A-R-F-I-R-B-E-L. Ach, Zarfirbel? Zarfirbel, ja. Und ich habe so ein Gesicht von so einem Mann mit so einem Ingo Appelschnitt. Du meinst der Hauptdarsteller aus GTA 4? Ja, genau. Wie hieß der eigentlich? Okay. Kolja. Weiß ich nicht mehr. Scheiße. Der Hauptdarsteller aus GTA 4, Nico Bellic. Nico Bellic. Ah genau, Nico Bellic, ja. Okay, und wie sieht es aus bei Pan? Ja, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Oh ja, easy, easy game, easy. Komm, easy. Uh, es geht. Okay, Post 1, Startseite. Und da gehe ich aufs Sozial und dann habe ich hier Freundschaftsanfragen. Äh, äh. Äh, bestellen. Ja, das ist jetzt wieder scheiße. Was denn? Wo hast du jetzt die Einladung gekriegt? Haben wir die Einladung zur Crew wahrscheinlich, ne? Oder? Ähm, wer denn jetzt? Wann? Wo hast du die Einladung geschickt? Achso, als Freundschaftsanfrage hatte ich die gerade geschickt. Okay. Äh, hier sind so viele. Äh. Wenn ich jetzt hier wieder ablehnen. Ja, Moment. Dann mache ich Post 1. Social. Spieler finden. Ja, warte, ich mache, ne, ich mache Spieler finden. Oder soll ich das lieber nicht machen, weil die Leute deinen Namen sehen? Ja, die wissen alle, wie ich heiße. Die sehen meinen Namen oder so. Achso, ach ja, stimmt, ja. Okay, kannst du nochmal? Ja, ich, ich sende die ganze Zeit. Ich probiere es. Aber bestimmt machen das jetzt 100.000 Leute gerade auch. Weil ich es gerade angekündigt habe, natürlich. Okay, kannst du nochmal deinen Namen bestimmen? Z-A-R-F-I-R-B-E-L. Aber ich bin noch nicht durchgekommen. Es tut uns leid, ist ein Fehler aufgetreten, steht bei mir noch. Ah, vierer Bild? Ja. Achso, da. Das ist er doch. Ja doch. Ist nicht sichtbar. Hinzufügen. Es tut uns leid, aber die Anfrage konnte nicht bearbeitet werden. Oh, Leute. Achso, Moment. Wahrscheinlich muss ich auch ein paar ablehnen. Aber es reicht, glaube ich, auch, wenn wir die Crew einfach joinen. Dann machen wir eine Crew-Sitzung. Müsse ich dann halt, äh, Gonklo muss die auch im Venue wechseln. Ja, da kommen nur alle, wa? Alle, die in der Crew sind. Achso, ihr habt ja keine Let's Play-Crew. Doch, doch, wir haben eine Let's Play-Crew. Das sind 1.000 Stück sind da drin bei uns. Die ist voll. Ah, die ist voll. Ich meine eine Crew zum Let's Playen für die Leute, wenn ihr, ich dachte, sowas. Achso, und jetzt machen wir nicht. Wir haben ja dafür die Freundschaftsanfrage. Ja, ja, das ist dann, ja. Du kannst mir jetzt schnell eine schicken. Schnell eine Freundschaftsanfrage. Ah, Faro, Faro-Birbel? Genau, Z-A-R-F-I-R-B-E-L. Ich bin zu viel. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Jawohl, du hast getan. Geil. So, jetzt kann ich, aber theoretisch hätte ich ja... So, jetzt möchte ich da ein bisschen annehmen. So, jetzt brauchen wir einen Server, wo wir alle drauf können. Hast du dich angenommen? Scheiße. Dann hab ich dich jetzt richtig angenommen? Zur Not kann ich auch noch den Gronkh beitreten und du tretest dann den Gronkh beitreten. Also reicht ja, wenn der eine mit den anderen da irgendwie befreundet ist. Ähm, ist dein Server leer? Meiner nicht. Aber ich kann's sofort da annehmen. Aha! Äh, was ich auch machen kann, ich kann eine Spieleliste aufmachen, wenn ihr Bock habt. Mit so ein paar, äh, Maps, die ich aus dem Internet noch runtergeladen hab, die wir selbst noch nicht gespielt haben. Ah, okay. Obwohl, ich hab noch ne gemordete, ne gemordete Map, glaub ich. Ja, genau, hab ich auch, so vier Stück. Okay, super. Ähm, der Döhm, der Döhm. Können wir da irgendwo das Ufo fliegen? Ne? Jobs. Ne. Jobs spielen. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ja, hier, ich hab moddelt, äh, rar moddelt Vehicles. Und, wie mach ich das nochmal? Spiellisten. Meine Spiellisten. Da. Auswählen. Möchtest du diesen Job starten? Ja. So, jetzt lade ich euch sofort ein. Jo. Ich bin die Klamotten ja mal hier gar nicht zufrieden. Jetzt muss ich nochmal kurz weg. No. Ich weiß auch nie, welches Outfit ich anziehen soll. Das ist sicherlich bei dir wirklich so. Meine Freunde. Meine Freunde, die GTA spielen, einladen. Oh, okay. So. Jobliste. Und an dem Trennen. Oh, scheiße. Ja, das sind jetzt so irgendwie so ein paar Rennen. Nehmt mal an. Oh, oh. Ach, Zafibel. Okay. Ähm, scheiße, wie krieg ich immer das Telefon hier auf? Ähm. Mittlere Maustaste. Mit dem Pad. Also mit dem Pad nach oben drücken. Also auf den Steuerkreuz nach oben. Ja, okay. So. Jobliste. Zafibel. Raubüberfall. Raubüberfall. Was hast du dir alles geschickt? Oh Gott. Deathmatch? Ich hab hier, ich hab hier ein Rennen gerade. Ja, ich bin ein Rennen. Ist das Landrennen? Ja, das Landrennen, genau. Okay. J. Furz ist auch dabei. J. Furz, geil. Also wenn der dabei ist, kann nichts schief gehen. Jetzt will ich hier wissen, wo ist denn hier Selfradio? Moment. Und dann meine Crewmitglieder. Alles klar, komm. Ja. Wir landen mal die ganze Crew ein. Wer noch Zeit und Lust hat, der kann nichts spielen. Bäm, ist voll. So, Freunde. Hört ihr das so schön, die Musik? Juhu. Keine Gamer-Probleme. Geil. So, jetzt wird bei. Pandoria, spielst du eine Nutte? Ach, Leute. Ja, Alchis, ja! Alter, Level 31, ich schäme mir! Sitz und wird gestartet. Du bist ein Level, du spielst fast gar nicht. Ich hab wohl so viele Folgen schon. Ich weiß doch nicht warum. So. Boah, ich weiß überhaupt nichts mehr. Alles klar. Ich nehme mal... Ihr wisst schon Bescheid, oder was? Ja, ich hab einfach mal die Leute genommen und gönn dir... Ich sollte von MichaelRuso07 sagen, bam, sag mal Pandora, dass sie hübsch aussieht. Ja, danke. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Ganz viel Schminke und sehr gutes Licht hier. Bin sehr dankbar, dass ich das hab. Bin bereit zum Spielen. Wo ist die Musik her? Die Musik ist von den Circle of Alchemists. Man kann sich nämlich hier so ein eigenes Radio machen und... Ach, guck mal, der Ronk da hinten. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Jetzt geht los. Jetzt geht los. Also, Auto... Also, Rennen ist bei mir immer auch. Und alles andere auch, aber Rennen ganz schlimm. Okay. Bye. Warum fährt der schon los da vorne? So unfair. Das freu ich mich auch. Ja, hast du gesehen, oder? Sind alle schon früher losgefahren. Gemein. Ja. Oh, Alter, bei mir ruckelt der gerade. LOL. Okay. Okay. Ah, jetzt sind die Waffen erst freigegeben. Ey. Entschuldigung. Ich wollte dich nur zärtlich anstupsen. Ey. Geh da weg. Ihr werdet nicht Letzte sein. Bitte. Alles nur nicht Letzte. Oh, sieht so cool aus mit der Grafik. Hui. Hey. Geh durch. Komm, geh mal weg da. Nee, kann ich nicht. Alter, die Pan. Kann nicht wahr sein. Da werde ich in die Luft gesprengt. Man muss das einfach nur ganz ruhig spielen. Scheiße. Wie sollen wir das denn ganz ruhig spielen, wenn man Waffen hat? Da fliegt die mir einfach vor die Windschutzscheibe. Was war das denn? Schneller. Jetzt musst du mal aufholen hier. Ich werde alle einholen. Keine Sorge. Keine Sorge. Oh. Hoppala. Oh. Ähm, ja. Das ist so. Oh Gott. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was? Ich kenn solche Rennen überhaupt gar nicht hier. Alter. Fuck it. Ich hab lange keine Mission mehr gespielt. Leute. Erstmal ausgestiegen. Scheiße. Ich steh' ich aus meinem fahrenden Auto. Wo ist er? Ich weiß überhaupt nicht, wo's weitergeht. Scheiße, Alter. Was war das? Da ist man ausgestiegen? Ne. Was? Was war das? So. Scheiße. Wär ich mal eigentlich hinterher gefahren. Ich hab grad voll die Fehler gemacht. Bin irgendjemandem hinterher gefahren, der nicht wusste, wo's lang geht. Fail. Da vorne ist die Pan. Wo seid ihr? Bleib mir weg. Bleib mir weg. Bleib mir weg. Äh, ich bin Achter gerade. Aber jetzt gleich nicht mehr. Oh. Ey, bleib mir weg. Turbo. Nitro. Bleib mir weg. Ah. Oh Gott. а Lickt ihr da irgend so ein Ei auf die Straße? Ne, ich bin das gar nicht. Ich weiß nicht wie das geht. Einfach... Neunigung aufgesammelt. Okay. Ey, nein 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 nein! Man hört ganz leise, ja ich wiss in den Mittagrund. Schöne das Ding. Boah, Alter, jetzt ein bisschen schneller. Ey, warte... Ist es da vorne? Da? Double Deeds? wo sind denn alle das kann nicht wahr sein ich habe die ganze beschleunigung trotzdem kriegt ich nicht der freige alter der drecksack du kleiner peter das kann ich nicht wahr sein jetzt hat mein spiel minimiert okay kein ding ich habe einfach über obs weitergespielt wie geil war das denn bitte da hat mein spiel mit mir und dann spielst du über obs weiter weil das ja quasi von zirkus frei da läuft ach so ich bin irgendwie in den fenstermodus gewechselt egal falls jetzt gerade irgendwas nicht funktioniert so schreit gerne in die kommentare aber ich muss kurz die runde zu ende spielen wenn man wenigstens doch kriegen nein das kann doch nicht wahr sein in der pro gamer hier also flying loot ich meine gerade kopf an kopf gerade zweite jetzt nicht mehr alter wie schnell ist denn der jack bauer der jack bauer ist super schnell der uns beide abgezogen obwohl er gerade einen unfall hatte jackie bauer entschuldigung komm weiter 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 boah pan jetzt bleib dann bremst du mal kurz nein du musst tanken sprich das gerade bin ich ich glaube die beiden haben getunte karren und ich fahre mit dem standardding rum ich weiß es gar nicht die sind so schnell wenn sie wollen ich glaube ich spiele mit mir faszinierend so ist es danke für den tipp müsste der letzte wagen nicht schneller sein als die anderen eigentlich schon ist aber ziemlich lange runde noch hier hoch echt mal vier minuten fahren wir schon vor allem ist auch keine modifizierte strecke mit so einem geilen parkour und so jayfords was was alles denn was war das denn jawohl nicht mehr letzter alter grad hat den wagen zerlegt nein der jayfords schmeißt bomben auf sie an ich halte es doch gedrückt ich werde ich einholen weiter geht's kommen wo sind noch mehr leute greifbare nähe sechs da sogar leute davon ist das ziel egal immer noch mehr Weit weg vom Letzten Eieieieiei Alter Junge Experiment ist nicht noch so geiler Stuff Ist mir egal Wuhu Och komm ich will nicht Letzte sein Das ist doch scheiße echt Die Letzten werden die Ersten sein Ok den nächsten Job suche ich aus Ich habe echt einen super Job Das sind vier Jobs in Folge Das ist direkt so ne Liste Da kannst du dich ändern Ja aber hier ist doch gar nichts gemodelt Ich will mit dem UFO fliegen Ja da tut mir auch furchtbar leid das war eine von den Top Karten die online gab Scheiße Ah durch Windschatten wird man extrem schnell Ja ok gut Das sollte ich mir merken So komm jetzt Warum dann schon wieder Feldoria Hey Chuck Nie bestanden Das ist das was ich so kenne Das ist nichts Neues Aber Geld gibt's Ok gefällt mir Arme Pan Arme Pan Komm Pan du musst auch noch Drück drauf Hallo Pan Ja Achso Ich wusste nur nicht ob du da bist Gefällt mir schlecht hab ich gedrückt So zweites Rennen Achso Ja kommt jetzt Du müsst doch einmal fortfahren drücken Oder wir warten 16 Sekunden Ach jetzt zeig mir hier die Xbox Knöpfe an So eigene Fahrzeuge Klar Verkehr Ein Supersportwagen Von mir aus Renntyp kein Kontakt Mhm 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 Da seh jetzt auf der Auf der Karte auch siehste Da sind so Rampen und so ne Kacke mit drauf Jo Meine Crewmitglieder Alle noch einladen Ach guck mal da steht sogar wer ein Pad benutzt und wer die Maus benutzt Jo Ich find Autofahren ist mit Pad wesentlich einfacher Ja Ja stimme ich dir zu In GameStop ist sehr leid Oh Ok das tut mir leid Das tut mir leid Ich kann jetzt aber glaube ich gerade nicht in die Einstellungen Ich kann gerade nicht in die Einstellungen aber ich werd dann Ja komm Gleich nochmal Jo Bestätigen Fortfahren Ja Wir machen das jetzt Haben wir die Controller Dann gönnen wir uns Oh nein Falsche Karre Na egal Supan zeig's Ich bin im Rennen echt schlecht Ich bin wirklich schlecht Bin ich vorne Hinter mir ist Legronk Juhu Und J-Furz 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 Mist ich hab die falsche Karre gewählt Ah kacke So dann mal go Alter der Jake Power Junge Was hat denn der für ein Auto Was Willst du mich verarschen J-Furz 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 Da komm ich nicht hoch. Cooles Ding. Echt? Als ich tot war, bin ich oben zurückgesetzt worden. Ja, schön für dich. Ich hau hier Leute um. Ah! Scheiße. Ho! Bam, du hast selbst Mod begangen. Scheiße. Ich lebe noch. Ich weiß leider nicht, welche Taste das ist. Sonst, da bist du zurückgesetzt. Pandora ist auf dem ersten Platz, steht bei mir gerade. Was? Steht hier gerade. Die Anzeige hügt doch nicht. Jetzt steckt man auf dem ersten Platz. Ach Alter, willst du mich verarschen? Genau, will ich da hochfahren und dann kommt da so ein scheiß Typ von links. Irgendem Straßenverkehr. Ist doch nicht wahr. Huiiii! Ach du Scheiße. Oh, 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 oh! Ich seh da oben nur Autos fliegen. Bist du jetzt auch oben, Erik? Nee! Ich komm mit der Karriere nicht hoch. Ich hab keinen Mischpult, ich möchte auch kein Mischpult haben. Auf dem Weg nach oben drück mal F. Aber es ist nicht so weinst. F. Ja, also halt mal F quasi. Das Problem ist, ich fall wieder runter und sterbe aber nicht. Sondern muss hier unten die ganze Zeit rumfahren. Ich werd's nicht schaffen, das Rennen. Oh! Oh shit. Nee, ich mein, halt mal F gedrückt. F? Ja, während du hochfährst. Auf dem Weg nach oben drückst du, erhältst du auf der Tastatur F gedrückt. Dann respawnst du und respawnst dann halt oben. Ah, gut zu wissen. Jetzt find ich die Rampe gerade nicht. Nein, nein, nein! Das ist doch Scheiße, ey! Ah, Kacke. Alter. Werde schaffen. Cool, ohne Damage. Boah, das war cool bisher. Scheiße. Genau hier hab ich die falsche Karre. Aber das ist doch das, was du wolltest, oder? So was, so was bescheuertes. Hat nicht geklappt mit dem F. Nee, also du musst F halten. War zum Zug setzen. Ja, hab ich gesehen, das hat zu lange gedauert. Ich hab schon nen Flug versucht. Versuch was nochmal. Heckmania, boah, Heckmania war cool. Ach, jetzt bin ich oben gespawrt, aber auf dem Dach. Ja genau, und jetzt muss ich da immer drum fahren. Das Auto, das Auto liegt auf dem Dach. Ich bin so gespawnt, das Auto liegt auf dem Dach. Ja gut, das kannst du ja umdrehen. Fertig. Wie, fertig. Nein. Wo seid ihr denn? Alter, ich hab keine Ahnung wo ich hier hin muss. Du bist auch fertig. Das ist so scheiße. Ey, das ist nicht wahr. Ich steck fest, ich komm nicht weg. Ich hab so scheiß Respawn, ich komm überhaupt nicht weg. Ich kann nicht mal lenken. Du kannst, ja, oder? Komm schon, nein. Das geht aber nicht. Ah, das ist mich. Na, jetzt geht los. Ach du hast den weißen, den Coil hast du genommen, den Tesla. Ich hab'n voll scheiß Wagen. Okay, jetzt, jetzt. Gas, 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 Gas. Nice. Ähm. Ach, ich bin nicht der letzte, der hier festhängt. Ne, ne. Da sind noch 100 andere. Entschuldigung. Wo bist du denn? Bei den, bei den großen, ähm, bei den großen Looking da? Wo muss ich überhaupt hin? Ja, nicht dahin. Der sieht richtig aus. Zurücksetzen. Du sitzt nicht richtig. Du musst in den Luft ein Checkpoint kriegen. Äh, verdammt. Ja, Gronkh, wo bist du gerade? Ist er bei den großen Looking, oder was? Der ist in den Lecken springt, oder was? Der ist in den Lecken, oder was? Ah, ist in den Lecken, oder was? Ach, der ist immer noch hier. Ja. Ja, du auch? Nein, 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 nein. Das ist doch scheiße. Oh, Mann. Was machen wir jetzt? Hä? Was? Versteh ich nicht. Wo muss ich langen? Wo muss ich langen? Wo muss ich langen? Da unten ist noch ne Rampe. Die musst du noch kriegen. Oh, meine Nase juckt. Und ich musste denken. Scheiße. Oh. Ach du. So. Da bin ich wieder. Also ich kann die ganze Zeit die Karren da hinten wegfliegen. Wie sie alle Panik ignorieren. Ja. Du musst halt echt gegen die anschreien, damit sie... Ich ignoriere dich gar nicht. Hör dir die ganze Zeit aufmerksam zu. Ja, voll nicht. Sicher. Ich kann alles wiederholen, was du gesagt hast. Oh Gott. Ja, fang an. Okay, wie hast du gesagt? Moment, was hast du gerade gesagt? Ah ja, genau. Wie hast du gesagt? Fang an. Genau, bevor fang an, was hast du da gesagt. Wie sie alle die Panik ignorieren. Und davor hast du gesagt? Ähm. Ja. Gronkh. Du musst gerade fahren und der Luft lenken. Das konntest du aber grad nicht machen. Alter. Weil du dir an der Nase kratzen musstest. Was? Okay. Und davor hast du... Also im First Person geht's. Im First Person geht's. Ich glaube ich hab... Scheiße nein, warte ich. Und davor hab ich gesagt, ich esse noch ein Bonbon. Oh, ich war auch ein Bonbon. Boah geil. Ja, passiert ja sonst nichts. Ich hab noch fünf Sekunden. Alter. Ich schub gar nicht. Das ist aber echt ne ziemlich krasse Map. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Ja. Hä? Jetzt seh ich gar nichts mehr im First Person. Ego Perspektive. Okay Ego. Scheiß, wie meintest du nochmal. Hier. Bin ich nicht mehr bei dir? Bin ich richtig? Was? Okay. Mit Ego Perspektive ist nicht so meins. Ja, okay. So. Gut. Dann nochmal ein ganz anderes Rennen. Drittes Rennen. Wie gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass ich ihnen sowas gut bin. Ne, ist okay. Ne, ich hab nur in meinem Chat da. Weil schon wieder fail Doria. Die Maps quasi kriegt man dem Social Club direkt. Hey, ich bin am 5. Das ist aber krass. Ey, ich bin nicht letzte. Du scheiße. Wolltig ey. Und davor hast du noch gesagt, achte auf den Chat. Ja, die schreiben hier Ego Perspektive, Ego Perspektive, aber ich hatte nicht mal eine gerade Straße, die in Ego Perspektive langgefahren. Ich bin zwar schlechter drin. Aber hier warst du gerade nicht ganz gut mit der Ego Perspektive. Hat zwar nicht viel gebracht, aber sah schön aus. Ja, es sieht echt gut aus. Wie krass hat der Tesla so viel ausgehalten hat. Jetzt bin ich aber gespannt. So, wer ist sofort? Rennen 3 von 4. Ach so. Vielleicht drück ich auch mal. Ich bin da so. Schlecht. Ja. So, das ist wieder so eine super Sprungmap. Alles klar, alles klar beschädigt. Ich warte die ganze Zeit darauf. Bei den Self Radio hier habe ich nämlich auch Elektrotitel drin. Ich warte die ganze Zeit, dass das hier anfängt zu spielen, während das Rennen. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja. Nimmst du dich? Hm? Nimmst du dich? Alle Spieler mit ähnlich Bissärigkeit noch einladen. Ja, wie gesagt, ladet euch ein, wenn ihr noch Leute habt oder so. Ladet ein. Okay, Moment. Meine Freunde. Wie gesagt, wir haben 16 Slots. Freunde, die GTA spielt. Ich weiß gar nicht, wer. Ja, macht ja nichts. Also, ich meine auch an alle, auch an Flying Blue und Jace. Wir laden einen Nassi und so ein. Wenn ihr Bock habt, wir haben erst 8 Slots von 16 belegt. Oder joint uns im Social Club nach. Warten wir noch kurz, bis wir noch im Stream auftauchen. Ja, ist ein Kong im Spiel. Tesla gleich Elektroauto, Edbram. Ja, ich weiß, dass Tesla das Elektroauto war. Der Coil im Game ist der Tesla doch das Elektroauto. Das ist mir natürlich ganz bewusst. Dankeschön. Natti, wenn du das siehst, wäre cool, wenn du... Oh. Die Zeit nur vorbei, tut mir leid. So, bereits im Spielen. Nimmt Kong auch gerade auf. Keine Ahnung. Nein. Nimmst du gerade auf? Nein. Nö, nö, nö. Ich spiel nur so. Ich spiel einfach nur so mit. Kaum zu glauben. So Leute soll es tatsächlich nicht geben. Macht auch einfach mal Spaß. Und er sitzt nackt mit Honig vom PC. Stimmt. Natürlich. Und macht gerade, lässt immer noch den Nippelabdruck auszuhärten. Das haben wir gerade am Anfang des Zuhrohalm. Wie ist das eigentlich mittlerweile? Tut das nicht langsam weh beim Abziehen? Das ist ja auch gleichzeitig ein Bodywechsel. Kronk. Hau ab. Oh. Was ist denn hier? Alter. Nein. Ich bin da tatsächlich ganz gut rausgekommen. Alter. Was ist denn jetzt los? Rampe? Ähm, Rampe! Echt? Noch ein Stück, noch ein Stück, halb Meter noch Das war super Konzentrier das Auto, äh Konzentrier, steuer das Auto Alter, links und rechts die Bombeneinschläge Scheiße Und noch ne Rampe, Alter wie geil Also ich bin online müsste ich mich eventuell einladen, wenn du über Motten liebe Crew einlässt Vielleicht klappt es ja Äh, ich konnte, Natti, ich konnte grad nur, grad nur unter, unter Freunde Ich konnte nicht aus der Crew einladen, aber ich guck gleich nochmal Och, och Und noch ne Rampe Ja Boah, leg mich am Arsch Okay, komm 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 Scheiße, scheiße, nein nein nein, fang dich, fang dich Das ist ganz schön cool, der Check Mania Und Spaß, die Karre von dem ist hundertmal schneller als meine Ja, der Check Mania fährt auch wie ne Wildsau Der gewinnt alles Oh, scheiße, ich hab die Rampe nicht gesehen, hui Ich find das cool, dass man so eigene Maps dazu machen kann Ich frag mich ja, warum Rockstar generell das Modding, aber unterbinden möchte Ja, ich auch Warum was unterbinden? Total geil Ja, das ist von mir Ja, ich weiß, aber die sagen ja selber, also äh, das liegt mit Ausnahme von diesen Custom-Maps Alter Scheiße, tut mir leid Warum? Ja genau, natürlich Dein Windschatten, er war so erotisch Nein, jetzt mach dich doch einfach Ich werde mich rächen Aber die wollen ja dagegen vorgehen Bitte nicht Boah, das ist aber scheiße Ich mochte, ich mochte die gemondelten Lobbys echt Also ist das gut Ist das scheiße, wenn jemand echt da irgendwie mit, äh, hier tausend bla 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 und hier schnell Geld Die, das ist scheiße, aber so Wenn jemand irgendwie, äh, der U-Kuss damit rein, mit dem du hier rumspielen kannst, äh, die Sandbox-Dinger, ist doch geil Ja, das sehe ich halt auch so Oh shit Jetzt hab ich's versaut Der Erik hat mich rausgebracht Da, es tut mir leid Das wollte ich wirklich nicht Platz 5 Oh scheiße, da bist du halt hinter mir Ey Ich muss mal Gas geben Ey, flying du Ne, flying Ich hab von mir raus Scheiße Flying, scheiße du Ey, das ist so gut für ein Sprung Boah, was ist das denn für ein geiler Sprung Mein Nase juck Scheiße Oh Gott Oh, da ist der, da ist der Kronk Oh Oh Jetzt weiß ich, was du meinst mit jetzt, du bist da festgegangen zwischen den beiden Dingern, was? Ich bin grad von nem Baum nach nem Sprung Welche Plätze seid ihr denn? Scheiße Vor mir? Vier Oh, ich bin so doof manchmal Manchmal wirklich nur So Boah, alter Scheiße Boah, da hinten fliegen die Autos Ja Oh nein Und hinten da fliegen die Autos Nice Nice Das war ganz gut Wuuuuh Was? Ne, ne, ne Beruhig dich Beruhig dich, beruhig dich Auto, 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 scheiße Boah Wie krass war denn jetzt schon wieder der Flying Nu? Ich kipp's die Pandora als der Ice-Mode begann, warum? Äh Was machst du da? Ich Hau dir gleich mal eine Diese, die Rampe hier Ach das, das übliche Ich hau dir gleich mal eine Ich hau dir gleich mal eine Das so Aha Ja, das ist äh Gewalt also, ist die Lösung Ja Immer Super Und da fliegen ja schon wieder Autos Oh nein Ich glaub ich flieg zu kurz Ich hab irgendwie kein Auto, was schneller noch ist Klappt 8 von 8, boah jetzt bin ich aber voll sauer Schneller fahren Nutze deine Wut Ah du Scheiße Wenn ich nur noch 3 Reifen hab hier Ja dann setz dich lieber zurück Bevor du jetzt jetzt mit 3 Reifen weiterfährst Nein, ich bin zu stolz dafür Wertvolle Zeit Scheiße, die Straße ist weiter rechts Die Straße ist weiter rechts Oh Gott Wo sind die anderen alle? Irgendwo anders Eines Tages werde ich das schon schaffen mit den Rennen Eines Tages Eines Tages bin ich auch mal ein Mann So, hey, war ein Insider von unserem Community-Test Okay Seid ihr da öfters? Äh, ja Ist cool Nicht gut Tatsächlich Ah Ach Scheiß drauf ey Was ist das? Alter sind das miese Sprüge teilweise Die Rampen sind voll cool Also generell die Map ist das ist natürlich schon irgendwie mies Aber irgendwie ist es auch voll fett Ich kann mich gar nicht zurücksetzen Das ist ja auch wieder scheiße Boah, um Steuer Ich hau TH gleich einen so in die Oh Boah, da komm ich gar nicht hin Ach doch, da ist eine Ah, okay Geil Lass dir mal Kreative am Spruch reinfallen Ach, Checkmania Jetzt werden doch nicht immer so schnell die Rennen Jetzt wartet doch mal endlich Alter, der Checkmania ist unfassbar Jetzt wartet doch mal wenigstens bis wir dann alle die Strecke mal komplett gefahren sind Höh, scheiß ich hab die Rampe nicht gesehen Nein Fuck Hab ich einmal auf Checkmania geachtet, hab ich die Rampe nicht gesehen Und jetzt komm ich da nicht mehr Oh nein, jetzt komm ich da nicht mehr rüber Fuck it Nein Ich war Platz 2 die ganze Zeit Nein Nein Oh Komm schon, komm schon Was ist denn los mit Pan, ey Jetzt hab ich wieder ein heiles Auf Das gibt's doch nicht Fuck it, das ganze Rennen ist gelaufen bei mir Das darf doch nicht wahr sein Ey, ich war so kurz vorm Ziel Jetzt dreh mich da um Und ich krieg die Karre nicht mehr Gewuppt Das darf doch nicht wahr sein Das ist ne Scheiße Einmal nicht hingeguckt Wuhu Und jetzt dreht sich die Karre Willkommen bei den Magneten Drück doch einfach hier, ähm, zurücksetzen Ey, ich kack ins Essen Da kommt der Bram auch noch Da ist der Ja, wo Da vorne ist das Ziel Alter, du bist eigentlich vom Ziel nicht mehr Ja, das ist doch die Kacke Alter, ich war auf Platz 2 Schau dran Nein Spring daneben Wenigstens das Wenigstens das Oh, das darf doch nicht wahr sein Das darf doch nicht wahr sein Warum springst du denn daneben Wenn ich Der Weltschmerz Alter, der Weltschmerz Hey, die Paaren Ach, siehst du mich? Ja, jetzt siehst du Auf allen Streams läufst du gerade Toll Wir gucken dir alle zu Toll Ich werd es noch schaffen Ich fühl dich nicht anders rückgesetzt Dann gewinnt auch mal wer anders Okay, das machen wir jetzt gleich Ich mein, das ist ja die letzte Runde Von unserem Rennen Ah, ich hasse mein Leben, ey Ah, was Ich kriegs nie hin, nie Und der, der spielt die ganze Zeit kein GTA mehr und ist trotzdem erst Ja, das wüsste ich auch nicht, der muss hart cheaten Ja, macht er auch Was muss ich? Was muss ich? Ich hab grad Ich hab grad Ich hab grad Klingt jetzt so, als wäre Ameisen 23 Zu besuchen Ach, da bin ich auch weit von entfernt Oh, Ameisen 23 Klingt jetzt schon intim Danke, jetzt aber Chat Jetzt Boah, ich werd alles gegen jetzt Okay Getunte Wagen Ah, getunte Wagen ausstellen Hm Fest 2 ist die Strecke Klasse Motorräder Eigene Fahrzeuge aus Aufholen ja Windschatten ja Alles klar Bam Elektrotitte läuft Nice Ich muss weg Warum? Sei doch froh auf dein cooles Video Naja Es ist eigentlich nur eine einzige Sache, die ich daran lustig fand Na? Das bei der Veröffentlichung, das Video im erstmaligen Versuch direkt geklemmt wurde von mein Video selbst Und damit gesperrt wurde, das fand ich super fail Von Sony war das, oder? War das von Sony mal mein Video? Ich weiß es gar nicht Oder von Sony, genau, von irgendjemandem auf jeden Fall wurde es halt direkt so gecashed Wo ich mir dann dachte so, wie geil ist das? Mit zuerst meinen eigenen Song drehen und dann wird es von irgendjemandem geclaimed Ja, das müsste meins, ah, das ist meins Alles was wrong ist mit der Musikindustrie Ne, warte, wir nehmen mal wieder, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen Jetzt hab ich sogar gute Chancen Jetzt bin ich mal gespannt Das Lustige ist, dass die anderen ja wirklich gerade hier sind Das ist schon ein bisschen verrückt Ja hier, Venice Achso, stimmt, die anderen sind gerade wirklich da Stimmt Der Bloß sollte auch ankommen Ich weiß nicht, was es heißt Aber könnt ihr mal Beef-Teki-Walle machen Das hab ich gar nicht, das ist beim Dennis immer irgendwie Ah, okay Gut So, jetzt bin ich mal gespannt Ich weiß gar nicht, auf welchen Channel das braucht Ich glaube, ich hab das falsche Bike ausgesucht, das ich gerade sehe Alle haben ein anderes Okay, Leute, jetzt aber Oh Gott, Motorradrennen Ich werd so losen jetzt Du schaust durch den Chat Ja Ich werd so losen Hau rein, tschüss Ach, hier geht's lang Hui Irgendwas falsch gefahren Wer ist das? Geh weg 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 du Sitz, genau, unten links Ich bin erster Egal wer ein Sword Ich war mal erster Sayonara Lo Alter Was? Was? Wieso haben wir denn da? Willst du mich verarsch? Alter und hier sind scheiß Wagen jetzt auch noch Ich bin ins Wasser gefallen Checkmania, hallo ich grüße dich Nein Nein, was? Ich fall auch ins Wasser Wie, also wie war das denn bitte? Alter was für ne miese Strecke Ich finde total geil Aber super mies Richtig mies Alter Nein, Legrom ist auf Platz 1 Nein, das finde ich nicht gut Waffenlein Ne bin ich überhaupt nicht Ich bin grad gestorben Nein Pandoria, ah! Was machst du? Wieso sterbe ich denn, wenn ich da reinfahre? Ich sterbe immer, wenn ich in den Kanister da reinfahre. Loll, wenn du wieder rausfährst, stirbst du auch. Wieso sterbe ich denn immer? Ich sterbe immer an derselben Stelle, aber nur, wenn ich da so reinfahre. Wahrscheinlich kommt dein Kopf dagegen. Nein, mein Kopf ist ja super. Also, ich... Was? Ja. Äh, was war das denn jetzt grade? Kopf 2015. Mein Kopf ist super. Ich komm doch gar nicht hoch! Was muss ich mal drücken? F. Ich bin jetzt unten gelandet im Wasser und kann da weiterfahren einfach. Toll. Das ist cool. Leute, ich komm doch nicht mehr hoch. Das gibt's doch nicht, ich auch nicht. Und ich sterbe nicht mehr, wenn ich da unten falle. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt. Okay, nochmal. Jawoll. So, jetzt. Das gibt's doch nicht! Was ist denn los? Was? Ach, leck ich doch! Checkmania ist doch nicht wahr. Du alter Angeber. Ohne Spaß, Checkmania. Jetzt hör mal auf damit. Was? Wir hassen dich schon kollektiv. Lass uns doch wenigstens mal die Chance, das Rennen zu Ende zu fahren. Achtung, Achtung! Ah! Wer hat mich denn da gerade rausgebrannt? Nein! Ja, ich zieh nach hinten, ich zieh nach hinten. Irgendwie hat mich... Sonst müssen wir dich leider bannen. Und... Ja! Ja! Danke, danke, danke für den Tipp! Nein! Wartest du nach hinten ziehen? Äh, ist doch nicht wahr. Du musst das Motorrad nach hinten ziehen, kurz bevor du hier über die Rampe so rupp. Und dann wieder nach vorne. Nein, Alter! Ich... Höh, Entschuldigung! Ah! Nein! Nein, nein, nein! Hallo, Bram! Hey! Willst du auch rein? Nein! Die Pan ist drin! Die Pan ist auf! Alter! Ja, ich bin auch drin! Der Bram, die drängen mich alle ab! Ihr seid so ne Pisser, ey! Ich fahr jetzt hier runter und sterbe! Wegen euch sterbe ich jetzt! Ich hoffe, ihr habt ein schlechtes Gewissen und 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 und. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Hä? Boah, hoffentlich werde ich jetzt nicht so mega weit zurückgesetzt. Das wäre richtig unfair. So, komm, hier jetzt, ganz vorsichtig. Ja? 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 Wo muss man denn hier lang? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich lass doch schon... Hey! Was machst du denn da? Na, was machst du denn da? Das ist nicht richtig! Ich weiß doch gar nicht, wo es lang geht! Was versucht ihr bei den denn da gerade? Wir stehen ja grad vor diesem... Vor diesem Waggon! Hä? Wo geht's denn hier lang? Warte! Vielleicht wieder hierher? Hier? Hä? Wo geht's denn jetzt hier? Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Ja, aber wo geht's denn hier lang? Oh. Was das... Hä? Nie beendet. Oh! Bringen rechts runter! Ich wusste aber nicht mehr, wo es... Da war einfach... Da war einfach so ein Ding in so ein Container. Wusste ich nicht mehr, wo es lang geht. Rechts runter steht da jetzt, aber das... Ich guck natürlich nicht in den Chat. Ah. Es ist zeitverzögert, Leute! Es ist zeitverzögert. Sonst nimmt mir rein. Äh... Die Nachkonferenz fragt, ob er danach nochmal in den freien Modus kommt, wegen der Mod-Crew. Also damit die anderen nachjoin' können. Mhm. Ja. Können wir machen. Jo. Ma dovia ist nicht schlecht. Die Strecken sind schlecht. Jawohl! Mark Adama Franz fand das nicht gut. Hm? Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Ist aber wirklich ne miese Map gerade. Boah, richtig mies. Aber trotzdem cool. Mal gucken, wie die jetzt wird. Liebe Lena, du musst noch bestätigen. Lena! Ich glaube, das reicht, wenn die Mehrzahl bestätigt. Hä? Ist das jetzt noch unter die Nase reiben? Hä? Ich dachte, jetzt kommt die neue Map. Ne, gab ja nur vier. Ach so! Ah, okay. Alles klar. Das war's. Ja, genau. Jetzt gehen wir eigentlich in freien Modus. Obwohl, wir können das so machen. Wir gucken mal. In Slay sind kaum Leute drin. Ich würde vorschlagen, der Gronkh öffnet eine Sitzung. Geht also in den Offline-Modus von GTA. Startet eine Sitzung nur mit Einladung. Und dann laden wir unsere einzelnen Crew mit. Dann laden wir Leute aus der Crew ein. Oder wie sollen wir das jetzt machen? Ähm. Obwohl, es können ja auf dem Server hier mehr als 16 Leute, oder? Ähm. Ähm. Ja. Äh. Äh. Also, Nati, guck mal, dass du jetzt gleich nachjoinst. Ach so, Nati hat eine Einladung geschickt. Moment. Äh, Social... Warte mal, hier wird immer noch geladen seit drei Stunden. Ein Spieleinladung. Okay, ich nehm mal an. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier mit den... Äh, ich lad euch dann gleich dahinter nochmal... Ich lad euch dann gleich nochmal ein. Okay. Du lädst es ein. Ich balle hier sofort nach unserem Freund davon weg. Das ist okay. Alter, guck mal, der Mackerfranz da vorne, der hat einen richtig geilen... Ich steig jetzt mal bei dem ein. So... So... Keine Ahnung, wo ich hier bin? Geil. Hä, Pandoria hat das Spiel verlassen, wo bin ich denn jetzt? Ja, ja, ich, ich, äh, join ja jetzt. Ach so, ah, jajajajaja. Gut, ähm, dann soll ich hier jetzt über einen Social Club sofort einfach nach? Ja, komm, mach das mal auch. Ich bin jetzt grad im Spiel. Nö, da zieht mein Spiel nach. Aber ich kann euch auch mal Einladung schicken. Moment. Freunde... Ah, das wär super. Oh, ihr Freunde, ihr wisst es hier. Spieleinladung senden. Nummer eins. Und Spieleinladung senden. Mh, Nummer zwei. So, ihr habt beide Spieleinladungen gekriecht. Pandoria! Okay, wie kann ich die jetzt abrufen? Muss ich mal ein Social Club oder was Handy? Äh, Social Club. Unlaub, da. Social Club. Ah, Social Club. Also, aber Post 1 quasi. Ja, und dann ganz unten der letzte... Ausstelleneinladung. Pandoria, ich kann dich zum Spieleinladen, aber ich kann nichts annehmen hier irgendwie. Unten steht Spieleinladungen. Ha! Enter. Bei mir nicht. Noll. Was? Social... Ach, da, Spieleinladung. Ah, viel besser. Okay. Annehmen. Super. Entschuldigung. Ja. Die Details werden abgerufen. Das heißt, warum zocken wir nicht mit Jay und so? Keine Ahnung. Perla versucht auch zwischen euch mal zu beitreten, aber die Spiele sind voll. Tut mir leid. Mit? Warum zieht Katapulte nach Mordor? Das stimmt. Wann hat meine Wohnung? Ich glaube, jeder hat eben diese... oder viele. Aber ich glaube, die Wohnungen sehen alle gleich aus, aber die Aussicht ist immer anders, ne? So, ich nehme mal hier mein Auto. Muss ich jetzt nicht... Eigentlich... Eigentlich... Mein Auto ist bestimmt voll outdated hier irgendwie. Kannst du mich nochmal einladen? Ja. Sofort. Irgendwie ist noch... Das... Das einmal weg. Und ein... Das ist falsch. Freunde... So, allen eine gute Nacht, die gehen. Aber du bist beigetreten. Wie lange das tun geht, weiß man nicht genau. Was denn? Der Bram ist... Bram, du bist beigetreten. Bin ich? Ja. Ich bin doch nicht bei mir in der Hütte. Ja, ja. Da spawnst du ja in der Hütte. Aber wir müssen auf derselben Map sein eigentlich. Ach so. Ach so. Wir sind einfach nur auf einer Karte. Genau. Ja, ja. Ach so. Ich dachte, wir machen... Ich dachte, wir machen... Ich dachte, wir zu einer Mission eingeladen. Nein. Ah, okay. Ihr könnt ja mal im Chat sagen, ob das jetzt zu laut ist, wenn ich das so mache? Ach, die Natti. Okay. Die Natti. Natti, hi. Und die Pan. Hallo. Boah, ich fahr bei dir mit. Ne, du hast dich die Musik... Kannst du die auch hören? Wie kann ich nochmal hier... Kannst du mal hier rein? Nein, das war nicht das. So, go, go. Kannst du mal kurz bei mir ins Auto... Nein, das war das Zeigen. Zweimal auf den Analogstick drücken auf beide. Guck mal, das T-Shirt von Natti. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist das Clan-Shirt, ne? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ja. Kannst du einmal kurz hier ins Auto und sagen, was für Musik du hörst? Zu mir einsteigen. Hier. Wo soll ich? Ja, warte, warte. Was macht der denn da für ein Foto? Was hörst du für Musik? Sie sind die Freddy, die Song... Ah, schade, dann hör wirklich nur ich das. Schade. Also, ich hör nicht deine MP3s. Ich dachte, das geht vielleicht ihr. Hilfe! Was machen wir denn jetzt hier? Huch! Nein, Hilfe! Ähm, wir können vieles machen. Autoburg. Autowurst? Okay, Autoburg. Guck mal, wie viele Leute wir auf dem Server sind. Ah, nicht viele. Okay. Das sind nur wir. Was ist denn in Autoburg? Ähm, Autoburg ist... Wir sind dann zum Parkplatz gegangen. Unten am Flughafen, in der Nähe zwischen Flughafen und Hafen. Haben dann ein Auto genommen, haben das mit Haftbomben bestückt. Und haben drumherum ganz viele Autos... Der ganze Server hat mitgeholfen irgendwie. Autos, Teleis, alles drumherum. Und dann haben wir irgendwann die Haftbomben gezündet. Und da ist beim ersten haben wir das auf der Xbox gemacht. Da ist die Xbox 360 von den Alchemisten gefreezt und abgestürzt. Dann haben wir das auf der Playstation 4 gemacht. Das war auch voll krass. Und hat halt nur geruckelt. Und das würde ich gerne nochmal auf dem PC machen. Okay. Wohin müssen wir? Moment, bleib mal stehen. Wobei, ne, wir brauchen möglichst wieder Autos, wa? Ne, die kriegen wir ja unten auf dem Parkplatz. Äh, ich frag mich auf, wo der Parkplatz war. Warte mal. Weiß nicht, ich hab's natürlich jetzt nicht... 100%ig in der Innenierung. Boah, ja, ich mach zwar was. Na nö. Was, hier? Dididididididi. Alter! War irgendwo am Hafen. Das war irgendwo am Hafen. Ich glaub hier war's. Ne, ich kann nicht bei dir einsteigen. Doch, kann nicht. Klar. Geil, Alter! Warum ist mein Hut jetzt weg? Du hast mir meinen Hut geklaut! Natürlich, hier im Auto hat er keinen Hut getragen! Leute, wenn ich aufsteige, dann rass ich wieder! Wie geil ist das? Das ist doch jetzt mal wieder random! Warum zieht der jetzt die Mütze ab im Auto? Alter! Erstmal randallieren! Boah, ich hab ne gute Idee! Ich mach jetzt mein eigenes Auto kaputt! Au! Ähm... Das war super! Ist mein Auto kaputt? Oh, sorry! Gib mir sofort Geld für Neues! Alter! Du einfach mal schießt immer auf uns! Das ist sehr teuer umsonst gewesen, aber trotzdem! So schnell, die feige Variante! Ach, die Polizei schießt auf uns! Nein, da ist mein Heli! Da ist mein Heli! Kann man jemand bitte den Typen darin abschießen? Warte, Bram! Ich mach dir jetzt weg! Nein, lauf da nicht hin! Du hast doch gesagt, du sollst den abschießen! Weißt du, warum mach ich denn noch nach da? Okay, Bull, komm, ich muss leider weg! Okay, mach das mal! Ich muss so lange mit der Versicherung telefonieren! Scheiße! So! Oh, Gorn! Wo ist denn die Versicherung? Herr Gorn, könntest du mal bitte ein Heli rufen? Äh, ich hab das gar nicht! Geh mal in dein Handy! Geh mal in dein Handy! Geh mal in dein Handy! Geh mal in dein Handy, Alter! Okay, Pause! Hä? Warte, ich komm gleich wieder! Oh, Alter, Polizeisperre! Ich hab hier alles vergessen! Ciao! Genau! Soooo! Achso, ja genau, du willst dich vor den Bullen, äh... Genau, genau, ich hau hier einfach ein bisschen ab! Ja, ist cool! Wunderschöne Bilder hier quasi! Gute Idee! Das ist nur ein Tränengas, das merkt keiner! Na! Wir machen voll die enge Gasse hier so alleine und so! Brammi! Ich versuche es nochmal, aber ich glaube, es geht jetzt nicht! Ich kann mich kaum noch bramsen! Komm ich da rein? Warte, ich muss ein bisschen mehr Gas geben! Ich muss ein bisschen mehr... Boah, qualmt schon! Da qualmt schon alles! Oh, warte, ich komm... Ja, warte! Oh, pff! Richtig dicke Lücke! Richtig eng drin! Also wir fliegen grad vor dem Polizisten-Diagong angelockt! Äh, äh, äh! Äh, 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 äh! Ne, ey, ähm, äh... Kann einer von euch nen Heli rufen? Könnt ihr das schon? Scheiße, wieso werd ich denn angegriffen? Sicher kann ich das schon! Kannst du Heli rufen? Ja, ich kann einen rufen! Ach, jetzt kriegen sie die Bullen ja doch! Okay, dann werden wir hier erstmal los! Aber warum sollten wir nen Heli rufen? Ey, Patienti ist da! Was zur Hölle? Können wir nicht da... Können wir nicht einfach zum Strand fahren? Patienti, du darfst uns gar kein GTA spielen! Ey, Bram, weißt du noch? Das war cool! So, ich hätte gern einen Unterstützungszugschrauber! Wehe ich nicht doch? Genau hier hin! So, genau so war's damals! Okay, bremst du einmal ganz kurz? Bist du so nett? Versuch die beiden mal hier gar zu finden, irgendwie! Alles klar, danke! Das war safe! Ach, das warst du! Okay, Nachi! Auf zu Bram und Bonk! Ist das mein Heli? Ach so, ich hätte überall... Ich weiß es nicht, da sitzt aber einer drin! Ja... Komm, kannst du hier landen? Hey, das ist cool! Hm, kommst du jetzt? So! Bullen ausgewichen! Kommt der oder bleibt der weg? Tja... Der fiegt auf jeden Fall daher, der Heli! Wie kann ich denn mit dem Gamepad Waffen auswählen? Ah! Komm! Jetzt lande doch! Hier ist doch Platz satt! Ach, Nachi! Die fährt mit mir glaube ich schon zum Parkplatz! Ah super, Nachi! Ich hoffe mal, ich habe das richtig markiert! Aber da irgendwo muss der sein! Oh Gott, jetzt muss ich... Okay! Wir müssen auf die Straße! Sonst kriegt der halt nicht geschisselt! Und Patient, die kommt hinterher! So! Gute Nacht, all die gehen! Gute Nacht, all die gehen! Ja! Gute Nacht! Gute Nacht! Natti! Fahr über Rot! Du es! Vorsicht! Alter Bram! Ja, easy! Ach, der Unterstützungszubschrauber schießt auf andere! Moment, dann hol ich nochmal ab! Geil! Du musst Abholung machen! Ja, ich weiß! Ich habe den gleichen Fehler aufgemacht! Äh, ruf ich aber noch einen! Wofür brauchen wir jetzt nochmal den Helikopter? Äh, damit jetzt zu diesem Parkplatz... Ihr könnt doch da hinfahren! Wir fahren da gerade hin! Wo seid denn ihr? Ich folge euch gleich noch! Ich folge euch gleich noch! Ihr seid im Helikopter unterwegs! Ah! Abholung per Hubschrauber! Nein, wir sind immer mit dem Motorrad unterwegs! Und alle fahren hinterher! Verdammt! Also zwei! Oh, meine Hubschrauber wird das gerade ausgelastet! Die geht voll ab auf dem Motorrad! Okay, komm! Fahrt zum... Ciao, Titanbird! Gute Nacht! Ciao! Was ist da unten? Ist auf jeden Fall... Ich habe noch 51.000 Baggeld dabei! Ich versuche mal irgendwie euch in der zu kommen! Warte, Natti! Ich... Ich... Scheiße! Wo war das zur Hölle? Komm, jetzt kill mich doch! Wo war das? War das echt hier vielleicht? Ich glaube nicht, dass das hier war! Weiß jemand vielleicht ungefähr... Ah, Mist! Ich weiß es einfach nicht mehr! Natti, versuch mal da! Das war irgendwo am Hafen, glaube ich! Ebenwo am Hafen! Sooo... Ach, da haben wir wieder so einen rassistischen Ami im Chat gehabt! Das ist so zu kotzen! Endlich! Das war cool! Das wurde wieder Zeit! Ja... Hat fast schon den Glauben an die Menschheit verloren! So... Jetzt holen wir uns den Heli! Ne, hier ist das auch nicht! Scheiße! Wo war das? Zur Hölle! Das ist richtig! Richtig! Unten links auf der Map! Ah! Okay! Okay, Natti! Oh Gott! Die Arme! In der Heli kannst du Ding groß! Also jetzt ist es richtig! Richtig! Unten links auf der... Unten links und rechts! Ja! Der Pilot ist unterwegs! Alles klar! Ich komme sofort nach! Jaaa... Es könnte richtig sein! Hier gewesen? Nice! Ihr müsst zum Flughafen! Ich bin noch auf dem Weg! Jetzt gucke ich noch gerade! Wie komme ich da von hier aus hin? Wo seid ihr denn alle da unten? Hier ist der Hafen! Ah! Hier ist es! Wir sind da! Jaaa! Wir sind da! Und wo? Dahinten! Vielleicht kennt Natti sogar da! Ich glaube die kennt das sogar! Die weiß sogar wohin genau! Jaaa! Perfekt! Perfekt! Super! Ich glaube der Bram kommt gerade mit dem Heli! Wie kann das sein? Ich sehe das auf der Map! Ich versuch zumindest! Das ist ja super! Ich fahrrad unter dir durch! Moment! Wegpunkt! Bin jetzt echt gespannt! Oh Gott! Nur mal so! Einer muss natürlich Haftbomben haben! Aber einer hat bestimmt Haftbomben! Ich meine leider... Warum flicken wir nicht los? Okay! Wie steuere ich den jetzt im Heli? Achso! Los! Wann der aussteigen? Wer fährt mal hinter mir? Hey! Wo seid denn? Okay! Cool! Jetzt geht los! Cooles Outfit, Patienti! Kunai! Ich folge meinem Kunai! Weißt du wo es lang geht? Wir auch! Hey! Okay! Oh! Da haben wir einmal Pati... Oh! Oh! Dinge passieren im Chat... Äh! Dinge passieren hier im Screen! Können wir uns das aber auch nochmal angucken! Uh du! Ah! Dich können wir mal gut gebrauchen! Juhu! Fliege, Fliege, Fliege! Kann man irgendwie nochmal... Ne abspringen nicht! Okay! Guck mal was an der Typ! Ich hab einen Nukleus gefunden! Ey, ey, ey! Typ! Lass das! So, weil wir... Einer muss auf jeden Fall immer hier stehen bleiben! Damit das eigentlich nicht... Alles nicht dies... Bernd ich nehm den ja auch nochmal! Ne, wir fliegen jetzt nicht selber! Ob ich den nehmen kann? Den kann ich natürlich nicht nehmen! Scheiße! Hey, 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 hey! Bleib mal hier! Boah, so riesige Frauen! Ich komm mir so klein vor gerade! Bist ja auch klein, aber du siehst echt cool aus! Verdammt! Kompliment Und ich weiß nicht mehr, wie man dieses Social-Ding macht Ich hab immer Angst, dass die Leute eine reinhauen Nein, nicht Social Club Ich mein ja das Winken und so Du drückst die beiden, du drückst die beiden Analogsticks rein Drück die beide rein Ruf mal bitte Peter im Spiel an Genau, pass auf, ich ruf mal kurz Peter im Spiel an Das ist ganz gut Ok, zeigen geht natürlich auch immer Ey, meine Fotos Ich hab auch so die Bullerei angelockt Das tut mir leid Ey Das ist so doof Hallo Hallo Ich bin mit Peter verbunden, aber der labert irgendwie nicht Peter sagt nix Er hat wahrscheinlich gerade kein Mikro an Ok, hört mal zu, wir müssen hier ganz viele Autos auf einen Haufen irgendwie kriegen Ruhig auch oben drüber mit dem Titan dann oder so Okay, ja Und das wär cool, wenn immer einer in der Nähe bleibt Dann müssen wir nicht despawn Ich hol mal kurz das Auto von da vorn Ok, so, stopp Aber die Polizei wird mich gleich erschießen, aber Da ist es Ja komm, dann tut es doch, tut es doch Hier, ich popel sogar noch dabei Da, popel Ja, er schießt mich, schießt mich in den Arsch, du Trottel Ja komm, mach Mach Hallöchen Was machst du denn vorher? So, Pan, was machst du denn da? Ja, ich muss sterben Hallo Hat er dich gerade gekillt? So, Cargobob, ne Cargobob, doch Cargobob brauchen wir auf jeden Fall Okay Wie kann man mit dem Sniper eigentlich ranzoomen? So, hier jetzt noch ein Auto Auf der linke Analog Stick Hallo, hallo, hallo Hallo Hallo, hast du mich? Ne Oh Oh, die Die Penner, nur weil ich auf die gezielt habe Hab jetzt ja keine Ahnung, wo man antworten kann Ich weiß auch nicht genau, wie ich ranzoome Ja Ich muss erstmal kurz üben, okay So Jungs Wir machen jetzt die ganze Zeit Außer Autos dahinten, Cargobob, was müsst ihr sonst noch machen? Ähm, wir gehen dann später Hä, nein, 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 nein Nein, nein, nicht das Auto hier am Deathmatch Sonst fällt da noch einer rein und dann startet da eine Mission für den Das ist nicht gut Achso Sondern wohin stellen wir die Autos denn? Ich lock die Bulle noch ein bisschen weg, wenn uns geht Achso, du machst es, warte Ich wusste nicht das Äh, hier, hier, da in der Mitte einfach Okay Auch gut Oh, ey, da vorne, den brauche ich auch noch Oh ja So Hier hin Erstehen Erstehen Fahr nicht weg Ach, scheiße, ich bin das andere Auto Einfach so viele auf den Haufen, wie nur geht Und am besten auch noch ein Lkw oben drüber Halt mit dem Cargobob dann Achso, der Gott, Patienti Den darf ich nicht benutzen Auch gut So Das kriegt bestimmt keiner mit Ja, guck mal hier Das sieht auch noch nach einem schönen Auto aus Nein LeGronkh ist gestorben Was hast du denn gemacht? Ne, ich hatte zwei Sterne, ich hab die Bullen weggelockt Vorne war glaube ich noch eins Ja Das nehme ich mir auch noch Klar, lalala Dann klaue ich mir ein Auto und bringe euch das mal hin Natürlich Wenn ich jetzt den Polizeiwagen hier nehme Obwohl der einfach nur rumsteht Dann interessiert er bestimmt keiner, oder? Ich glaub das gibt Stress Ich glaub nicht, ach was Soll man nicht so rum kacken Guck mal Ja, das Problem ist wenn die Bullen da sind Guck mal Guck mal Jetzt hab ich zwei Augen noch auf den Autohaufen mit drauf gebracht Weiß doch hier Ah, hier Hier, also einen Krankenwagen können wir auch da drauf packen Ja, komm, macht mich tot Ich geb euch eine Hier BAN, Junge Fuck der Police, Alter Boats Auf die Fresse Hab ich noch ein Schlagstock? So Ja, ich hab ein Messer Stich dich ab, aber ich bin tot Den auch noch? Mir den Chat nicht liest So Was soll ich denn auch gerade lesen? Drück N, wenn Peter mit dir quatschen will Ja, drück in Ich weiß, hab ich jetzt Hab ich jetzt gelesen Ist ja gut Ist ja gut Ey PAN, wie viele Autos brauchen wir? Ach, so viele wie geht Wenn wir Kargobob haben, geht das auch ganz schnell dann Und hier, wenn so ein Krankenwagen hier Oder ein Polizeiauto Können wir ja auch noch Ja, komm, tut es Gute Nacht, da alle Sachen nehmen An S71, PAN helfen Twitchpartner Nein, S71 hat damit rein gar nichts zu tun Das ist hier Twitch Das ist kein YouTube Und ich bin Ich hab einfach nur noch nicht Bescheid gesagt oder so Oder noch nicht das Formular ausgeführt Das ist eigentlich nur meine Schuld Ein Formular Faktisch Ich glaub ohne, ja Lkw haben Oh, gemein Fährt der Lkw immer weg Oh, Polizei Ja, was ist denn hier? Oh, das ist ein Unfall Ja, ja, wir müssen das total analysieren Darf ich da auch Autos draufsetzen? Indem ich da jetzt volles Spiel gegenknalle? Ja, gerne, sehr gerne Äh 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 Hi Ups Ähm Ähm Ja, guck mal da vorne Da vorne geht's noch weiter Ja Also einfach nur so Autos hier hin Äh Rufieren Boah, komm, ich hab den Polizisten nur angerempelt Das sei jetzt zum Kotzen Das ist immer so Machst nur schief angucken, geht's los Ja, ich hab mal einen Polizisten angepopelt Und der hab mich erschossen Ohne Scheiße Angepopelt? Warum popelst du auch Polizisten an? Ja, ich wusste doch nicht, dass die das so beleidigt Kann da Popeln auszusehen? Nee, ich nehm nochmal hier so'n Boah, sieht so geil aus hier in der Sonnenuntergang Ja, ich nehm mal Popeln sieht geil aus Achso, ja Ja, Popeln sieht auch geil aus Popeln sieht geil aus So We want Peter Our last hope, der Pinner Den hier Ah, Scheiße Gong töten Fazitioten Karnebop Was? Warum wollt ihr denn immer alle nur Chaos und Anarchie? Jetzt lasst uns doch mal so'n geilen Autoturm bauen So Komm noch mit einem größeren Auto jetzt? Also dann ziehst du quasi dann gleich den Server mit zum Absturz zu bringen Weil das so viele Autos sind oder was? Ja Ich denk mal nicht, dass das so abstürzt Aber es ist halt krass, wenn du so'n riesen Explosion dann hast Ah ja, da ist schon die Polizei aufgetont Also diejenigen, die mit Cargobobs kommen, die können gerne die Autos noch übereinander stapeln Ich weiß nicht wie lange das dauert, bis die einzelnen Autos hier despawn War das denn Cargobob? Ja bitte Ich bräuchte bisschen Ganz kurz, wo soll ich den dicken Brummer hier hinstellen? Oh Kannst du den erstmal hier vorne hinstellen? Wir heben den gleich auf den, auf den ich hier stehe Okay, ich stell mal hier so'n bisschen seitwärts, ne? Den dicken Brummer Oh Juuu So So Oh, Batsch Ah, da kommt ein Cargobob, war schön Du Dumpf Du Dumpf Du Dumpf Du Dumpf Je zumal die Natti ja hinken Natti, kannst du's hören? Du Dumpf Du Dumpf Da vorne Der Cargobob ist da. Natti, das graue Auto. Hier, den grauen LKW. Oh, die fangen dann glaube ich an zu wiesbauen. Da. Was heißt das, wenn die wiesbauen? Dann sind die Autos weg. Ja, ich meine, aber was ist denn der Plan jetzt? Der Plan ist, dass wir jetzt noch ein paar Autos übereinander stapeln und dann alles mit Haftbomben in die Luft. Alles mit Haftbomben in die Luft. Wer schreibt gerade eigentlich im TS? Domi, falls du im TS schreibst, ich kann das immer noch nicht lesen. Hier, Natti, hier. Genau das hier. Den hier. So, ich... Ja. Schaffst du es? Ich helfe dir. Oh, Alter, ohne Spaß. Wie gut das hier alles funktioniert. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist doch super, wenn die Leute alle mithilfen. Alter, guckt ihr mich jetzt so immer an der Bulle? Auf die Fresse, Alter. Komm schon. Ja, die Haftbomben kriegen wir noch dran. Vorsicht, Brummer. Ein Wohr. Hier kommt noch ein Brummer. Oh, super. Jetzt aber. Okay, wir müssen mal kurz ein bisschen Chaos hier machen. Alter, habt ihr denn... Bei mir fliegt eine Laterne im Heli. Das sieht nicht so gesund aus. Au, 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 au. Das sieht nicht sehr gesund aus. Sie schafft es. Moment, sie schafft es. Ja. Ja. Ja, nein, nein, scheiße. Irgendwie haben die Cargo-Bobs sowieso wieder Probleme. Letztes ist auch schon in der Aufnahme. Natti, die mich annehmen kann ich auch helfen. Ja, Natti ist gerade... Die kann gerade keinen annehmen. Die ist gerade echt beschäftigt. Ja, alle raus hier. Bop, 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 bop. Hahaha, wie er fliegt. Ah, scheiße. Das ist doch nicht wahr. Das geht irgendwie immer nicht. Fuck da, Police. Ah, der Heli hat gerade lags, leider. Okay. Bist du im Heli? Nein. Die Patient hat es gerade geschrieben. So. So, jetzt. Natti. Na, komm. Was sagst du? Vier Sterne hier. Easy going. Okay, das meinte ich gar nicht. Oh Gott, Natti, dachte nur, du konntest vielleicht nicht wegen mir hier. Das Teil hier irgendwie. Wollt ihr noch ein Polizeiauto haben? Ja, gerne. Natti holt mal was anderes. Okay, okay. Ich gucke so lange, ob ich eine Karre finden kann. Wuuuuhu. Vier Sterne. Langsam wird kritisch mit dem Leben. Was? Wo ist der Heli da oben? Ach, schade. Nein, ich bin tot. Was? Du warst doch nicht so jung. Ja, ich hatte Alien-Augen. Blut, Jung und Unterfahren. Wollen wir alles ein bisschen enger zusammenstellen hier? Wir brauchen noch mehr Autos. Wo gibt's denn welche? Der nicht? Haben wir genug? Ja, halt nicht schon. Aber so übereinander stapeln wir halt. So, Popper. Irgendwie wollen die Karre boxen. Ja, ich hol die Karre nur ran. Wie die dann hingestellt werden, das können die Leute davor erledigen. Ich hol dir das Auto nur. So, das ist ihr noch. Guck mal. Okay, Leute. Ich stelle euch ganz kurz ein LKW hin. Da muss ich auch flitzen, weil ich zwei Sterne habe. Also, danke. Ah, guck mal, da hat die Natti noch ein Auto. Vorsicht, Pan. Ah, ich kann nicht so schnell bremsen. Ja. Du musst nicht bremsen. Und ich muss abhauen. Nein, wer ist da explodiert? Bam. Ich hau mal eben ab. Ich hab zwei Sterne. Ja, ja. Okay, Autobot steht noch. Alles gut. So, easy. Oh, guck mal, wird doch. Wird doch. So, da vorne gibt's noch mehr. Was haben wir denn noch? Streamt Grund gerade nicht. Nein, immer noch nicht. Nee, nee, nee. Ich roste nur. Nee, Natti, 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 ist in Ordnung. Ich bin schon wieder, werde schon wieder angeschossen. Eine Community-Crew von mir gibt es schon, aber die ist schon seine Ewigkeiten leider voll. Ja, das war kein BMW, ist ja gut. War eher so ein Passat oder so. Okay, dann hat jemand schon mal Haftbomben von euch? Äh, ja, ich glaub schon. Äh, nee, leider nicht. Alter, kann ich die zwei Sterne mal bitte loswerden gerade? Ja, ich hab keine mehr. Äh, okay, einer. Dann müssen wir mal hoffen, dass irgendjemand anders hier hat. So, da sind wir ja wieder. So, darf ich mich jetzt in der Mitte draufstellen und sagen, ich bin der Kirche der Welt, wir haben alles explodiert? Okay. Geil. Ich möchte bitte da oben draufstehen. Sekunde, Sekunde, ich komme, ich komme. Komm schon. Sag ich von den Weiten an. Nein, jetzt. Jetzt, lass mich doch mal da hoch. So, so. Äh, also wir wissen noch nicht, wie lange wir machen, aber ich glaub, das wird nicht mehr allzu lange werden. Also ich weiß es nicht. Ähm. Okay. So, wenn einer von der Community Haftpumpen hat, dann bitte... Oder ein paar Granaten. Hey, Haftpumpen ist besser, dann können wir uns hier alle nochmal positionieren und dabei zugucken. Ich sterbe gerade. Ja, ich bin jetzt auf dem... Oh, warte, warte, warte noch. Ich dachte gerade, mein Licht wäre ausgegangen. Ich kann nicht aufhören, auf Ihren Hintern zu gucken. Ja, ich gucke auch mal auf Pandorias Hintern hier. Das ist sehr hypnotisieren. Ähm. Falls jemand hier Haftpumpen hat... Ah, ja, haben wir einen, ja, haben wir einen. Ich komme. Warte doch ganz kurz. Konai. Ja, ja, nein, der sollte ja noch nicht zünden. Konai. Die Haftpumpen hier an den roten LKW. Der vor mir steht. Patienti holt gerade noch einen Cargo, sagt sie. Ja, aber der Cargo-Bob hebt die großen Autos nicht mehr an. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Hatten wir letztens auch schon. So. Alles klar. So, von mir aus können wir. Patienti kommt lieber wieder zurück. Nein, falls du das hörst. Du da. Du hast gar ne Haftpumpen in der Hand gehabt. Ich hab's genau gesehen. Komm, siehst du echt. Ich hol's den Wagen hier kaputt. Leute, dafür krieg ich einen Stern. Ich krieg einen Stern auch für dich auf den Krankenwagen mit dem Schlagstock ein, Knüppel. Oh, nee, dann fuck der Police. Leider Annäherungsminen. Okay. Also, wer auch immer Haftpumpen hat. Bitte. 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 Bitte an den roten, dicke Titte. Mono-Titte. Ich hab nur verschont eine dicke Titte. An den roten LKW. War, Alter. What the fuck? Was ist denn eine Mono-Titte? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich muss dir da mal Bilder zeigen. Ach, der bitte an den roten LKW-Fan. Wie bitte? Und erst auf Kommando zünden. Ich hab da so eine Mono-Titte. Ich muss dir da mal Bilder zeigen. Okay. Ich habe keine Brüste. Ich habe eine Mono-Titte. Will ich das wissen? Das ist sehr lustig. Von der Zyklopen-Brust. Ja, das ist echt eine Zyklopen-Brust. Ein, so ein Megateil. Hat das dann aber auch nur einen Nippel, oder? Ja. Okay. Das ist gar keine Brust. Das ist nur ein großer Nippel einfach in der Mitte. Äh. Können wir jetzt bitte das Ding in den Luft schrecken. Da, Mono-Titte geht gerade hier durch den Chat. Ah, geil. Nein, ich will jetzt keine Mono-Titte. Kommt die privat wieder. Hey. Ja, genau. Okay. Salinaco. Alter. Äh. Mono-Titte. So sieht es aus. Okay. Wer gerade mit dem Heli unterwegs ist, ist, bitte mal sich Haftbomben kaufen gehen. Ich gebe das Geld irgendwann mal wieder. Und, äh. Weil, scheiße. Eigentlich habe ich immer welche dabei. Echt? Weißt du, was wir einfach machen? Rufen wir mal kurz bei Maryweather an. Wir sollen uns was liefern. Ach, können die das? Weiß ich, ich weiß nicht so gar nicht. Ich habe jetzt erst einen kurzen Zugriff. Ey, Kollege, was soll die Scheiße hier? So, auch mitmachen. So, Monizumslieferung. So. Es ist zwar keine Autoburg übereinander, aber vielleicht... Ist ja scheiße. Da kommt er. Super. Ah, schön. Natti auch da. Patienti auch da. So. Munitionskiste. Da, guck mal. Ich habe mal nur Toft-Cocktails. Oh, die Natti hat ein blaues Auge. Oh, das sieht ganz übel aus. So, wie sieht es aus? So, dürfen wir jetzt mal hier Bum-Bum machen? Hat jemand Haftbomben? Hast du Haftbomben? Ich habe Mollis. Ja, versuch die mal da rein zu werfen. Guck mal, ob da jemand was explodiert. Alles klar, guck mal. Äh, was brennt denn hier? Achso. Boah, hält mich am Arsch. Es ist... Eindrucksvoll. Eindrucksvoll. Bei der Shit. Ja. Komm schon. Explodier. Alter, wie viel hält denn der scheiß Wagen aus? Ich will meine Haftbomben. Hat irgendjemand Granaten? Ah, die Patientin hat Haftbomben. Ah, geil, geil. Mach weg. Mach Bum. Wir werden alle sterben. Yeah. Wuhu. Scheiße, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich nicht. Geil. Ich habe es sogar überlebt. Was? Easy way, ey. Die Autos sind alle mit vorbeigeflogen. Das war eigentlich eine Szene. Unfassbar. Das war eine ziemlich coole Szene. Ganz ehrlich, wenn ich das geplant hätte, hätte das niemals funktioniert. Nee. Ah, da geht aber noch was. Da geht noch was. Oh, cool. Ah, schön. Hier steht eine Heli mit Raketen. Ja, los. Los. Ne, da sitzt schon jemand drin. Ach, schade. Schmeiß aus. Alter, wie geil das aussieht. Oh, ich sollte hier weggehen. Oh, nice. Wie sieht das aus? Boah, geil. Feuerwerk. Wo ist neues Jahr? Wo ist neues? Boah, 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 boah. Müssen vernichten. Hoppala. Scheiße. Was? Oh, shit. Hupsk. Alter, Vorsicht. Vorsicht. Ihr sägt da was weg. Ja. Ok, Patient, die ist tot aus dem Heli, Elektromono-Titte. Und Bram übernimmt alles. Ich lebe! Nein, jetzt nicht mehr. Was? Ich bin voll geil, ich bin grad einfach über alle meine Szenen durchgegangen, weil man auf der Maus- und Tastaturne-Heli mit dem NumPet steuert. Deswegen bin ich überhaupt dagegen geflogen. Wenn ich grad so abgelehnt war von OBS, weil der Patient da ist, so alle Szenen, weil ich die ganze Zeit so... 8546 8546 8546 Also ich bin mal ganz ehrlich, da vielleicht jetzt gestorben bin, muss irgendjemand bluten. Hä? Warum das denn? Alter! Ich hab grad die Bullen neben dir erschossen, du Penner! Ja, aber ich hab die Sterne auf mich gezogen. Ja, der passiert hier im Morgen. What, ach du? Passiert doch schon wieder her, what passiert die bitte? Das kann nicht sein! Was denn? Oh, ich hab keine Munition mehr. Moment. Oh. Boah, das sieht aber nicht so gut aus. Ähh, bbabbabam. Hopp. Hopp. Da ist sie. Ah! Nati! Nati, Entschuldigung! Patienti hat dich ge- Ich wollte Patientin töten, hatte gar nicht mehr ruhig, zumindest hab ich aus den Natty getötet und ein Patient läuft hier mit einem Raketenwerfer rum. Hier für alle, die zuhören, ruf mal mehr, ruf mal so ein Söldnertrupp, wenn die geht. Kann ich leider noch nicht. Mal gucken, was ich rufen kann, als geil ist. Moment, warte doch ganz gut, dass ich mich was aufgerufen hab. Okay, warte mach ich. Na gut. Hattest du nicht 18.000? So, jetzt kannst du von mich mal was mal ballern, wenn du möchtest. Oh toll, will ich grad eine andere Wasser. Nee, 800, also irgendwie. Okay, Moment. Oh. Le Gronkh, hat dich in Stücke geschossen. Ey, Geld. So viel Geld. So. Huch! Alter, Pan! Ich bin so unschuldig, ich tu niemandem was. Ich kann mich jetzt wehren. Wie, wogegen denn? Ich hab dir nichts getan. Ich steck dir, ich reiß dir den Arsch so weit auf und steck da mein Knie rein. Ich vergesste das nicht. Ach, bei deinem kleinen Vogelknie, da musst du aber nicht weit reißen. Was ist denn ein Vogelknie? Ich hab keine Ahnung. Ach so, weil die Beine so elegant sind. Ja, genau. Ne, aber das hat ja, das hat ja gesagt, den geht ja auch rein. Ey, cool, komm mal, der Heli funktioniert noch. Ja, okay, das war. Ne, doch nicht. Alter, ich spawne immer an so'n beschissenen Ort, das gibt's doch gar nicht. An der Umsminer, komm hier. Wanda. Bäm. So. Was machen wir als nächstes? Äh. Talken? Was, trocken? Ich werfe für Talken. Talken. Ach so. Ey, Patienti, was geht mit dir? Du hast doch grad jetzt angefangen. Patienti, nicht hier umknucken. Weißt du, ich hab die gesehen, er ist voll der kleine Pups und dann ist sie ja voll der Bär. Da hinten steht er. Da hinten steht er. Da hinten. Unfassbar. Ich seh ihn. Hallo. Bleib hier. Alter. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie man schlägt hier. Wie schläg ich hier? Ja, euch Beine, Vogelknie. Danke. Ich muss den Nacki da mal runterhauen, ich weiß aber nicht wie's geht. Feige, Feige. Ich weiß nicht wie's geht. Ja, wie, ich weiß nicht wie's geht. Ich weiß die Steuerung doch nicht mehr, Mann. Rechte Taste, rechte Taste. Ah, okay. Das Pianomonst hat mich verprügelt, Alter, die Wachtel. So. Die Wachtel. So, Gron hat das Tier wiederum erledigt. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Fick dich, Polizei. Patienti, das will dir nicht helfen. Oh. Oh, wunderschön das ist. Wunderschön das ist. Der Bram, Alter, so ne Drecksau. Das ist für mich der neue Dennis. Oh. Hä? Alter. Vielleicht heißt das auch so. Ja. Du bist jetzt... Du bist jetzt voll der Mafuyu. Hä? Warte mal, wenn... Du redest von einem anderen Dennis. Ja, genau. Ach ja, klar. War doof. Wuff. Hey, Bram. Was sagst du zu Wuff? Was soll ich zu Wuff sagen? Boah! Patienti, ey. Es tut ja ab hier. Was ist denn mit dir los? Ich hatte mal was zu trinken gestimmt. Was ist denn das für ein beschissener Spawnpunkt, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, guck mal. Sie sind zehn Jahre wieder zurücklaufen. Nein. Juhu. Was? Das kann doch gar nicht sein. Mucki. Patienti ist Level 769. Ich weiß, dass sie gerade erst angefangen hat zu spielen, Patienti. Wie kann das denn sein? Oh, 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 oh. Mucki. 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 Das ist fliehen. Eigentlich ist das noch gar nicht möglich. Mucki. Hey, guck mal. Komm, guck mal. Ey, rotz mich nicht weg. Ach so, tschuldigung, du warst das. Mucki. Was sei ein Versehen. Was denn? Dann würde ich ja so machen. Oh, Entschuldigung. Scheiße, ich wollt boxen. So. Alter, ich wollt grad boxen. Ich bin auch froh. Das gibt's noch nicht. Toll, da hab ich mein Dorye direkt voll Schrot gefrimmst, ey. Juhu, Level up. Sehr gut. Level up. Gerne, kein Problem. Ach, cheat dir ruhig die Level auf unfaire Art und Weise, indem du mir in den Rücken fällst. Ey! Ey! Das ist doch ein Unfair, ich finde das sehr legitim. Naja. Also wenn jemand leveln möchte, Bram stellt sich zur Verfügung. Auf jeden Fall. Nein Leute, nicht für den Schritt schreiben Cheater oder so, es ist... Ne, ich habe noch einen PS3-Account. Account mit meiner Schwester geteilt, dann ist das passiert. Ich glaube nicht, dass die Schwester Level 700 ist. Doch. Ist das eigentlich schon möglich? Warum läuft die Nati ja nackt rum? Die Nati läuft ja nackt rum? Wie? Wo? Nati geht flitzen gerade. Wo? Ich will... Herzlichen Glückwunsch an Pi... 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 Wo ist denn die Nati? Du geile Schlange. Er kann so gut und auch so lange. Die ist viel zu schnell. Wo? So da. Nati, 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 Nati. Doch gar nicht nackt. Oh. Pandora, es bleibt stehen! Das kann ich wahr sein. Ich bin... So inkompetent. Voll schrotgebummst. Hahaha. Monotitten-Nippel. Man kann Pandorias BH sehen, wenn man genau hinschult und ihren Monotitten-Nippel. Das ist grad immer noch das Thema bei uns im Chat. Mann kann mein... Aber ich bitte nicht. Er meint jetzt aber nicht hier in den RL. Wenn man da meinen BH sehen kann, dann wunder ich mich aber. Das Mops-Geschwader von Pandoria. Das Mops... Nati! Aber wie kann Nati sich hier umziehen einfach? Ich... Warum wissen alle mehr als ich? Wie lange hab ich ihn da gespielt? Guck meinen Arsch an, Nati. Guck meinen Arsch an. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn... Alter, Gangster schießen auf mich. Die kennen dich. Aber ich bin doch nett. Ich bin echt der Bro. Ich kann sogar die Grüße. Nein, Bonk. Böser Bonk. Kann man kein Mitleid haben. Achtung, Achtung. Da kann man kein Mitleid haben. Ich hab nicht mal einen Stern gekriegt. Die kennen dich. Alter, das ist ja schlimm genug. Aber ich werde mich auf eine sneaky Art und Weise verrechen. Ich weiß. Ah, mit M. Ah, mit M kann man... Okay, Nati sagt, sie weiß nicht. Die Schwester hat die... Alter, ich war grad im M-Menü. Oh. Boah, Alter, Joga. Die Schwester hat gezockt. Ich war grad im M-Menü. Ich wollte Outfit wechseln. Warte mal, wie geht denn das? Geht das? Inventar? Pandoria, dein Kleid wurde plötzlich durchsichtig. Ja. Darunter habe ich aber eine schusssichere Weste an. Boah, guck mal, wie viel ich das weggemacht hab. Das war ja lustig. Guck mal, da vorne rennt Pandoria. Oh, oh, oh. Buah. Ich kann ja unter den Rock gucken. Ah, ah. Warte, jetzt bleibt er stehen! Nein! Jetzt kommt damit! Kann echt nicht wahr sein. Boah, Alter. Was macht's denn da? W-What the fuck? Es bleibt stehen. Jetzt bin ich tot. Ach, jetzt. Glegronk hat mich mal wieder voll Sperma gefunden. Blei. Im Frühtau zu Werge, wir ziehen Fallra. Sollen wir gleich mal wieder in den Talk, Fallra? Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, ich würde doch einen schlechten Stunt machen und dann würde ich an meiner Stelle, glaube ich, GTA mal beenden. Ja, dann schlagen wir mal was vor. Ja, einen schlechten Stunt mache ich jetzt noch. Oh, ich habe Angst, ob Patienten nichts vollstarten. Das wäre wirklich, das wäre weg hier. Okay, komm, wir machen jetzt Battle, ohne zu schießen, wer den anderen kaputt fährt, obwohl beide im Auto sind. Oh, okay. Ach, du bist das andere Auto gerade gewesen? Ja. Man hat beide Siege leer. Das ist bloß mein Auto voll angeschlagen. Naja. Ja, dafür hast du ein Polizei-Auto und ich habe normales. Aber die Bullen schießt nicht ganz auf mich. Ich bin gleich tot. Okay, das war nicht so prall. Ja, Konami, Konami, Scheiße. Ja, das war echt nicht so prall. Also, bitte postet das nicht im Chat, das geht mir so, aah. Was denn? Ja, das habe ich mal gemacht, das zieht mich so runter, weil Konami so Pisser sind. Entschuldigung. Warum? Weil Silent Hill offiziell eingestellt ist. Silent Hill, Moment, aber eine Internetseite, die verbunden ist mit einem netten Herren, der hier im Channel ist, und zwar die Play Nation, die hat heute noch geschrieben, dass Silent Hill wohl doch rauskommt. Ja, die haben dann irgendwie Update, 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 aber ich glaube nicht, was auf Play Nation steht. Nein, aber... Nice! Nein! Alles klar. Das ist doch mein Statement. Nein, Gott. Vielen Dank für die Zuschauer hier im Stream. Schnell jetzt ausmachen. Ich habe ihn ja auch gelesen, aber da war noch nicht geupdatet. Das hieß eben, sie wollen, also Silent Hill, in Zusammenarbeit mit Kojima und Norman Rupert, und der Toho wurde eingestellt. Äh, sie wollen aber an der Marke weiter festhalten und wollen halt trotzdem Silent Hill rausbringen, und wer die letzten beiden Teile, wer als langjähriger Silent Hill Fan die letzten beiden Teile gespielt hat. Ja, sicher. Die einfach nur, da war nichts mehr mit Silent Hill. Ja, das stimmt. Also, bei aller Liebe, es gefällt es sicherlich Leuten, aber Silent Hill war für mich jetzt wieder mit PT und Silent Hill, das war für mich wieder Silent Hill. Das ging mir nicht voll ab angepisst. Alter, mit meiner Karre, du Pennern? Mit meiner Karre? Ich dachte, hier ist wenigstens schnell genug, um dich einzuholen. So, wer will ich sterben hier? Boah! What the fuck! Ha, du bist ausgestiegen, bestützlos! Für mich geht's jetzt nicht hype, viel Spaß euch noch ein Prost! Prost! Macht ihr nicht fahren, vielleicht machen sie Remakes. Aber wenn ihr Remakes machen, dann bitte nicht unter dem neueren Team da. Ich mochte das nicht, mochte die teilen. Oh, 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 oh! Boah! Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Piano! Ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Oh, das ist mir voll peinlich. Ich wollte runterspringen. Dann hab ich auch so den Piano-Mann zu erschlagen. Du sollst auch entweder, du sollst entweder Piano oder Natti, ne? Aaaaaaah! Werde nochmal drüber! Da war ich schon tot! Boah! So! Oh! Die Bullen haben mich erledigt. Ey! Verstehen! Ja? Na Natti, es tut mir leid! Oh, Natti, Entschuldigung! Oh! Entschuldigung! Bei dir auch gerade? Ey! Ah! Die Natti will, die läuft immer davor und dann, bevor ich die mal auszusehen. Nein! Ich hab's genau gewusst, du Penner! Scheiße! Hängen! Wir können Freunde sein! Hau auf! Wir können Freunde! Ich häng' fest! Ah! Scheiße! Und ich häng' immer noch die Sterne von den scheiß Bullen! Das gibt's doch gar nicht! Der fährt mich hier! Der will mich anfahren und ich häng' die Sterne! Freunde! Hupsala! Moment, wo bist du hin? Scheiße! Was bleibt man da? Sag mal, Pan! Du siehst voll cool aus in dem Outfit, aber jetzt echt, muss ich nochmal sagen, ich mag das! Nee! Besser als das vorher! Hast du gehört? Ich seh' jetzt ein bisschen aus wie Darth Vader! Nee, er hat so'n Sprayer irgendwie, keine Ahnung. Dann würdest du jetzt zu U-Bahn gehen und auf den Spray. Du musst die Versicherung zahlen, ist okay! Ich weiß, schick' mal nachher in der Rechnung! Das ist ein Scherz! Wie konnte ich dich da nicht stellen?! Da hab' ich nen Wheelie an dir vorbeigemacht! Ey, 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 ey! Da komm' ich hoch! Lass das mal bitte! Oh! Okay, doch nicht! Boah, Alter, ist schwer da reinzutreffen! Boah, Nati, die Hose! Das macht mich verrückt! Hm, die Hose? Was? Boah, echt mal, Nati, die Hose! Das macht mich verrückt, ey! Miau! Miau! Was für'n Höschen! Guck mal! Aber cooler Partner-Look! Nein! Oh! Mann! Was?! Alter Pan! Warum?! Du altes Vogelbein! Du altes Vogelbein! Du altes Vogelbein! Lass das! So! Ich hab' dich immer gut behandelt! Ich habe dich immer gerecht! Nein, falls du Patientimit ich will! Ich habe dich behandelt wie eine nubische Prinzessin! Wie eine nubische Prinzessin! Wie eine nubische Prinzessin! Wie eine nubische, also ein Anfänger Prinzessin! Eine nubische mit U! Mit R mit O! Oh! Der Christian hob den Moonboard! Ich kann meinen Lebensbike nicht mehr mehr sehen! Gott! Der Polizist hier wohl... Ah! Wie panisch! Ah! Du bist mir entgegen gerannt! Ne! Super! Das sind scheiß Bullen, Mann! Die nerven so! Mit dem Auto kannst du halt überfahren, passiert nix! Kopfnuss! Weg hier! Paxe-Pulli! Ja! Nein! Okay! Die Ruhr ist total verpahnt! Wir machen jetzt hier mal! Ich wollte gerade die Karol holen! Okay! Ist das ne Idee? Dann mach ich auch mal aus! Ja! Aber viele Mitspieler und alle, die mitgespielt haben natürlich! Super! Danke schön! Ich hab genau neben dem Cargobob gespawnt! Das ist ja angenehm! Hat auch echt super geklappt mit der Autoburg! Uiuiui! So, ich mach's aus! GTA! Oh, ich schwitze! Mach du's! Ich flieg noch kurz Cargobob! Weil ich das eh nicht mehr gemacht habe! Mach du's! Mach du's! So!